die leveln gar nicht wenn wir irgendwas machen ich schaffte die kriegen von uns level ep punkte ab wenn wir auch was bauen und so die kriegen glaube nur level so immer mit der zeit oder wenn die kinder zu haben wir das gebaut in den großen dino ich weiß es nicht genau kann ich dir nicht sagen muss im oberen gucken war mach das was wirken denn dann noch so ich hab ah kito oh hey hey Ei, 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 ei retool Nien Was sag ich wie, du drohst? Achso. Ich bin raus. Was ist da noch drin? Noch Rüstung, Stoff. Ach gut, dieser Rohstoff, den können wir mitnehmen. Hä? Wo ist Olaf? Oh, aua. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Äh. Was? Ey! Warum folgt das hier jetzt? Ich hab nichts gemacht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich werde dir angegriffen. Toll. Jetzt ist Olaf so weit. Ich kann mich nicht bewegen. Toll. Dann wirf mal was raus. Ah, ich hab's extra abgezählt, ey. Ach nee, das ist O. Alles gut. Ja, ich muss das rauswerfen. Ich muss auch wieder reinschmeißen, dann erst mal. Ich nehm mal so viel raus, dass ich zehn Sachen bauen kann. Was ist jetzt alles? Äh, ich glaub ja, ne? Doove Dinger hier, ey. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. S+. Okay, doch nur 40. Egal. Erstmal zehn Stück. Dann haben wir immerhin schon mal 31. Sie haben wir schon fast alle. Stein, 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 Stein. Stein fällt wo am meisten aus? Ja, Holz hab ich nebenbei mal gesammelt. Hm. Nee, so ein Ofen und eine Werkbank kann man nicht drinnen. Ja, da fehlt uns wahrscheinlich früher die Materialien, weil wir ja noch gar nicht so viel machen. Vielleicht, dass wir, wenn wir dann im Haus oben sind, dass wir das mal bauen. Ja. Weil meine Hacke, meine Axt, naja, lange hältst du nicht mehr. Ja, das ist halt nicht mal mehr die Hälfte. Ja, die geht schnell kaputt neuerdings, ne, oder? Oh, nee. Ich weiß nicht. Na was wohl, so ein doofes Mist, schließlich war hier. Eine Schlange war da. Da drüben. Ich glaube, hier in die Richtung, oder? Ah, regnet. Was ein Zufall. Mal wieder. Hier ist der Alpha. Ich lass mal meine Fischer killen. Warte, 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 lass mich hier mal. Ja, willst du den Olaf mit drauf schicken? Ja. Ja, dann mach mal. Hast du mal den? Da, schnell weg. Zu weit weg, wa? Äh. Scheiß Mücke. Oh mein, da kommt gar nicht mein Olaf. Ja, Mann. Das nervt uns nicht mehr. Olaf ist aber ganz langsam, der hätte gar nicht helfen können. Ja. Oh nein, hier ist noch ein Spucker. Okay. Ja, irgendwie... Ja, irgendwie... Was fein lassen? Ne, gell? Ne, gell? Fortschrittliche Metallspitzhacke, Waffe. Fortschrittlich. Im Blau hab ich was, ja. Ne, das ist doch gut. Und ein Rockville-Rezept. Diorative Färbung. Ja. Das hier ist eine Bären-basierte Färbung, um Kuchen wunderschön zu dekorieren. Ja, die haben auch... Aber Kleidung kann man auch irgendwie... Kleidung und Gebäude kann man damit färben. Aha, okay. Einen Items-Skin hab ich hier. Äh... So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Ja, so heißt das ist ein blauer Axe. Vier, eins, zwei, drei, ja. Ja, schon mal gut. Ich glaube, die Held länger und... Wahrscheinlich sogar mehr, wa? Ja, ist da wohl stärker oder auch was. Wahrscheinlich auch mehr Ausdauer. Mal gucken, ich muss euch mal die Haltbarkeiten angucken. Vielleicht gebaut habe. Wir haben schon fast die Fundamente fertig. Okay. Wieso? Ne. Ach man, ne! Ach man, ne! Ne, da hat er null Chance gehabt, ey! 0 ja der neidbarkeit von 51 anstatt von 40 ja es fehlt nicht viel stein ich habe ich gar nicht warte warte alles gut 1 2 3 4 1 2 3 4 oh wird Stroh lang dann muss ich doch mal Stroh sammeln ja ich hoffe ich kriege noch neun mir fehlt für einen Stroh ein sonst hätte ich die fertig gehabt Oh, okay. Mal wieder was reingeliegt. Mhm, sehe ich gerade. Dann kann ich nochmal schnell einen bauen. Was fehlt mir denn noch? Stein. Ach, Stein hat mir auch gefehlt, okay. Dann haben wir das fertig. Äh, V. Da 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 da, da 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 da. Äh. Okay. So, was ich da unten habe. Äh. So. Hast du dir vorhin was rausgeworfen? Ja. Fasern, okay. Fasern, okay. Fasern, habe ich auch gesehen. Guck mal, ich war in Ruinen. Wenn wir die dann, nehmen wir jetzt einen, stopp, stopp, stopp. Wenn wir die schlechten hiervon nehmen und dann noch abbauen weiter, dann kriegen wir doppelt Erfahrungspunkte. Ja. Dann machen wir das jetzt gleich. Weil meine Hacke so. Oder? Oder schnell zurück einmal, wir lassen den Olaf hier stehen. Naja, was ich nicht so machen wegen dem Zion. Oder wir lassen, äh, ich weiß nicht, ob die auf Selbstverteidigung machen. Sonst laufen wir zu Fuß hoch einmal. Naja, lass uns doch das Ding so nehmen jetzt. Einfach. Die Erfahrungspunkte. Ja. Gut, okay, ja. Dazu noch gehe ich sammeln und du musst bauen. Hier, ne? Ich hoffe, es muss ja auch ran gehen. Lass bekommen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das auf unsere Tiere auch auswirkt. Ne, das glaube ich nicht. Das wäre nice. Boah. Na, mal gucken. Kann man schon wieder was bauen. Oder willst du? Ja, dann bau du hier. Dann pack ich rein. Dann bau du. Ne, bau du nur. Ja. Soll ich dir? Dann gebe ich dir meine Axt. Na, dann leg die rein. Warte mal. Ich kann die auch wieder ausschmeißen. Die ist auf dem Boden. Hinter dir. Da. Ja. Ja. Ist doch ein Fehler immer wieder. Ja. Boing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schade. Nein. Spitzhack habe ich auch gesagt. So. Schade. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ähm. Das ist Plus V. Achso. V. Dann stehe ich ja wieder… Ewigkeiten, ey. Obwohl die bauen wir schneller… Untertitelung des ZDF, 2020